Es geht Schlag auf Schlag in der DKB-Handball-Bundesliga. Heute das stärkste Dorf im Land gegen den Champions-League-Sieger. Auf dem Papier eine klare Sache, auf der Platte zählt nur die Leistung. Der TUS in Lübeck gegen die SG Flensburg-Handewitt. Heute ab 19.30 Uhr die stärkste Liga der Welt, live auf Sport1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017